Wer noch nicht genug von Cyborg-Duellen hat, kann sicher noch etwas mit Segas altem Spielhasen Vectorman vergnügen. Auf der Suche nach seinem Schöpfer durchforstet er eine von intelligenten Robotern bevölkerte Welt. Die Möglichkeiten, mit denen der Held Hindernisse und Gegenspieler ausschalten kann, sind dabei recht vielfältig. Waffeneinsatz steht natürlich an oberster Stelle.